Die laufen, das mir ja nicht so einfach bewegen kann. Nee. Oh, das ist ja ein Traum. Schade, das Wetter nicht so klar ist. Ja. Was ist das hier? Den Weg hätte ich nicht geschafft. Den hätte ich nicht mehr laufen können. Aber wir sind ja auch ein paar Stunden auf dem Wald. Wenn man so frisch ankommt... Trotzdem hätte ich das nicht geschafft mit meinem Handicap. Aber es gibt ja moderne Technik. Ich finde das irgendwie romantisch. Das ist mal was anderes. Da gehen aber welche zu Fuß da oben. Ja, das gibt es auch. Ich glaube, wir sind damals auch zurückgelaufen. Hin mit dem Gift. Schön mit der Landschaft hier. Schön mit der Landschaft hier. So. Mein Kopf ist geschützt. Eine schöne Fahrt. Da oben wird bestimmt auch wieder einer sein, der einen raushilft. Ja. Ja. Das ist doch schon. Das ist so geil. Das Kreuz. Ja. Da wollen wir ja hin. Cool. Kochen von unten. Die steht. Nein. Nicht. Wahrscheinlich wegen Einsteigen, dass das Moment immer mal stoppt. Ja. Und schwer hoch. Ja. Das hier. Die scheint ein bisschen ängstlich zu sein. Ja. Das dachte ich auch schon. Die wird es nicht sehen und kann es nicht lassen. Auch schön hier mit den Farben so, oder? Ja. 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 Das ist die Ruine da hinten. Ja. Jetzt kommt derereser ist schon ein Traumhaft. Das ist schon ein Traumhaft hier. Ja. Ja. Das ist schon ein Traumhaft hier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020